Herzlich Willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Voce und heute geht es um das Thema Bohren und Schrauben bei Festool. Wir haben hier einige Geräte und in dieser Folge möchte ich auch mit euch die Frage klären welches dieser Geräte eventuell das richtige für euch ist und anfangen möchte ich hier erst mal mit dem Thema Akkus. Alle diese Akkus die ihr seht sind verwendbar mit diesen Maschinen, ist natürlich abhängig was ihr vorhabt auf was ihr Wert legt. Möglich ist es das ganze mit einem leichten kompakten Akku zu verwenden mit 3,0 Amperestunden oder hier ein bisschen mit mehr Tankinhalt und mehr Power 4,0 Amperestunden mit High Power Zellen oder auch die Standard Akkus mit 5,0 Amperestunden. Alles ist hier verwendbar ich denke es kommt immer darauf an was man vorhat und mit welcher Maschine man das ganze dann und wie lange man das einsetzen will. Kommen wir zu den Maschinen die ihr hier seht. Hier seht ihr zunächst mal die kleinsten 18 Volt Schrauber die sogenannten Kompaktschrauber verfügbar in zwei Varianten zwei Bauformen in der C Bauform und einmal in der T Bauform. Was ist hier der Unterschied? Zum einen ist die Bauform wie ihr seht deutlich unterschiedlich und hier haben wir zum Beispiel auch den Vorteil wir können hier den Schrauber anders greifen. Bei Überkopfarbeiten habt ihr sozusagen eine Hand frei und könnt direkt unterstützend halten und dann direkt loslegen zu schrauben. Was mir sehr gut gefällt ist hier auch die große Bitgarage, magnetische Bitgarage. Hier ist Platz für sehr sehr viele Bits oder auch Bohrer und müsst jetzt nicht in der Tasche nachsuchen nach euren Bits. Alles hier direkt an der Maschine. Eine super Sache. Ein weiterer Vorteil dieser Bauform ist die Griffhaltung. Hier ist gedacht, dass wir hier direkt in Schraub- und Bohrachse die Maschine halten und letztendlich nicht mit dem Zeigefinger die Maschine bedienen, sondern mit dem Mittelfinger und hier ist einfach eine feinfühligere Schraub- und Bohrtätigkeit möglich. Das zur C Bauform. Dann haben wir hier die klassische T Bauform. Auch eine sehr sehr kompakte Maschine. Hier befindet sich das Bit-Depot an der Seite. Ganz einfach kann der Bit rausgeschoben werden, beidseitig platziert werden. Auch eine ziemlich praktische Geschichte. Hier die Griffform. Ich würde mal sagen, die klassische Griffform. Ansonsten sind die Maschinen von den Leistungswerten genau gleich. Letztendlich ist es, würde ich mal sagen, einfach eine Geschmackssache. Diese Schrauber sind sehr sehr kompakt und natürlich für Montagearbeiten, Überkopfarbeiten, Terrassenbau an der Fassade, im Innenausbau, Verschraubung von verschiedenen Plattenwerkstoffen. Dafür sind diese Maschinen sehr gut geeignet. Und von der Schraubengröße, die ihr hier verarbeiten können, sind doch beachtliche 6x240 Millimeter drin. Das heißt für, denke ich mal, viele von euren Anwendungen sind diese Kompaktschrauber optimal geeignet. Dazu sehen wir dann auch später noch mal mehr. In der nächsten Position, in der nächsten Baugröße, seht ihr hier auch wieder zwei Bauformen. Die C-Bauform und die T-Bauform. Diesmal C18 und T18 plus 3. Und hier haben wir einen Schrauber. Dieser ist wirklich ideal für alle Arbeiten im Innenausbau. Hat noch mal 30 Prozent mehr Drehmoment, wie hier die Kompaktschrauber. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist wirklich die feinfühlige Dosierbarkeit von diesem Schrauber. Und Zweiganggetriebe, Bow- und Schraubstellung und auch hier die Möglichkeit, sehr feinfühlig das Drehmoment einzustellen. Bis zu 25 Einstellpunkten. Wie gesagt, das hier ideal für eher so für diesen Schreinerbereich, Innenausbaubereich. Und auch eine Kombination von beiden Geräten ist natürlich eine super Sache. Einen für viele, ich würde mal sagen, für die gängigsten Montagetätigkeiten. Und wenn man einfach mal nochmal Backup braucht, eine stärkere Maschine, kann man hier auf diese Baugröße dann auch nochmal zurückgreifen. Oftmals habt ihr ja auch mehr wie einen Akkuschrauber. Hier direkt daneben haben wir die Quad-Drive-Klasse TPC und TDC 18-4. Ein Viergangschrauber mit einem sehr robusten Metallgetriebe. Zusatzhandgriff montierbar, den braucht ihr hier auch, weil dieser Schrauber hat wirklich nochmal extra Power, ist unser stärkster Schrauber. Dieser eignet sich für Verschraubung bis zu 10 x 300 mm Schrauben und ermöglicht die hohe Drehzahl bis zu 3600 Umdrehungen pro Minute wirklich das Bohren mit großen Bohrdurchmessern erheblich. Diese beiden Maschinen gibt es einmal mit Schlag und einmal ohne Schlag. Und zusätzlich kann man diese Maschinen auch in Bohrstände einbauen. Das ist, denke ich mal, auch nochmal eine Besonderheit. Mehr Besonderheiten und Einsatzzwecke könnt ihr euch in dem Video nochmal anschauen. So, dann haben wir hier eine speziellere Maschine und zwar den TID 18. Ein Schlagschrauber, ein sogenannter Drehschlagschrauber. Kompakte Bauart und der große Vorteil ist hier, durch das Tangentialschlagwerk gibt es keinen Rückschlag auf das Handgelenk. Das ist natürlich eine super Sache bei vielen Verschraubungen und immer wenn halt ein harter Schraubfall auftritt. Hier zwei Spezialgeräte DWC 18 in zwei Bauformen, in zwei Bauklassen. Einmal DWC 18 4500 und diese Maschine ist ideal für Verschraubungen von Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktion, weil sie einfach mit 4500 Umdrehungen sehr, sehr schnell dreht. Und das ist letztendlich auch der Unterschied zu der Variante DWC 18 2500. Das heißt, hier haben wir eine reduzierte Drehzahl, ein bisschen mehr Drehmoment und das ist die Variante, die ideal ist für Verschraubung von Trockenbauplatten auf Holzunterkonstruktion. Beide Maschinen können hier entweder eingesetzt werden mit diesem Magazinvorsatz oder auch in dieser Variante für Einzelverschraubungen und wie gesagt ideal für alle möglichen Trockenbauanwendungen. So und dann haben wir hier einen unverzichtbaren Helfer bei Montagearbeiten einen SDS Bohrhammer, den BHC 18. Hier eine sehr kompakte Maschine mit einer SDS Plus Aufnahme. Hier können einfach herkömmliche Steinbohrer eingesetzt werden. Verwendbar ist die Maschine einmal mit und einmal ohne Schlag beispielsweise bei Bohrungen in Fliesen und geeignet für Bohrungen bis maximal 18 Millimeter in Beton. So, das war's zu den Maschinen. Ihr seht hier auch eine Vielzahl von Zubehörteilen, Anbauteilen. Hier zum Beispiel die Möglichkeit mit verschiedenen Aufsätzen zu arbeiten. Fast Fix Aufsätzen, die passen hier auf alle unsere Bohrschrauber und auch eine, hier gibt es auch noch eine Zusatz, eine Vielfalt an Zentrotec Aufsätzen, die hier auf das Zentrotec Futter letztendlich aufgesteckt werden können. Dazu möchte ich euch in der nächsten Folge mehr erzählen. Das war's. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.